Tina Turner ist am Mittwoch, 25. Mai, im Alter von 83 Jahren verstorben. Sie war nicht nur eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen, sondern auch eine gefragte Schauspielerin. Eine ihrer größten Rollen ist die als Anti-Entity im dritten Teil der dystopischen Mad Max-Reihe, jenseits der Donner-Kuppel. Der Film läuft zu ihrem Ehren im Mai und Juni 2023 im deutschen Fernsehen. Am 30. Mai kommt der Streifen auf Sky Cinema gleich zweimal, zum ersten Mal um 11.15 Uhr, zum zweiten Mal um 18.25 Uhr. Am 31. Mai strahlt der Sender ihn erneut aus, um 1.35 Uhr. Im Juni erscheint er im Programm des Senders der Anti-Film, am 16. um 20.15 Uhr und am 17. um 17.55 Uhr. Im Film, der 1985 erschien, verkörpert Tina Turner die Feinden von Max, eine Despotin mit dem Namen Anti-Entity. Ihr abgerockter Survival-Look, teils Steinzeitmensch, teils Amazone, wurde zu einem ikonischen Fashion-Statement. Das Kostüm behielt Donner gar für ihre Bühnenshows bei, auch ihre Tänzerinnen und Tänzer kleideten sich so. Tina Turner befand sich zu Beginn der Dreharbeiten auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Das 1983er-Album Private Dancer wurde nach der Trennung von Ike Donner ihr erster, weltweiter Solo-Hit. Für den Mad Max, Soundtrack, komponiert von Maurice Jarre, steuerte sie zwei Songs bei, One of the Living sowie We Don't Need Another Hero. In dem Lied singt ein Kinderchuh mit, er steht für die in der Wüste lebenden, Film-Weisenkinder, die Max entgegnen, wir brauchen keinen weiteren Helden. Sie glauben nicht daran, dass er ihnen in dieser verlorenen Welt noch helfen kann. Das Lied wurde ein weiterer Erfolg, Platz 1 in Deutschland und Österreich im Juli 1985, ein Sommer, Jet, Platz 2 im UK und in der Schweiz, Platz 3 in den USA.